willkommen zu einer neuen zwischen von fallout 3 wir sind wo sind wir eigentlich first hat ach ja so es liegt gerade wieder ein bisschen als autis unser freund hat keine macke mehr okay doch nicht so ich weiß gerade nicht wo wir hin dürfen auch auch ja 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 Oh, die Ausgestofenen. Nee, doch nicht. Das sind doch unsere Leute. Hallo, ich bin einer von euch. Was bewachen die denn hier? Hotel? Wollt ihr mich verarschen? Weiter gehen. Ich würde das Buch gern mitnehmen. Das Problem ist, der wird dann sauer. Vielleicht kriegt das nicht mit, wenn er jetzt hier ist. Warum auch immer, wie wir hier nicht durchgehen dürfen und warum das hier verstrahlt ist. Platz des weißen Hauses? Ach so, das ist das weiße Haus. Jo, viel ist davon noch nicht mehr übrig. Schadam. Man kommt also nicht rein. Da hat sich ja meine Theorie mit diesem Tunnel vom Präsidenten ja auch erübrigt. Ich bin jetzt nicht weit weg. Ich bin jetzt nicht weit weg und ich finde, wie wir jetzt hier sind. Nee, will ich doch gar nicht. Boah, es ruckelt im Karton. Warum sind hier Schanzen? Ach, der ist mit seinem Motorrad darüber gebrust und hat sich dadurch selbst getötet. Der hat ja lange Weile gehabt. Mal gucken, wo wir hier ankommen. Tür, Präsidenten, Kellergeschoss. Wo kriegen wir den verdammten Schlüssel her? Wir sind, wir sind im weißen Haus, oder? Äh, äh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wir sind wohl im Kellerbereich, hätte ich gesagt. Scheint so, als ob, uh, ähm, ne Bombe genau hier getroffen hat. Warum auch immer, der jetzt ne Fatman hier hatte. Mehr kann man hier auch gar nicht machen, ne? Dann kriegt hier ein paar Atombomben. Schade, dass man hier nicht rauskommt. Beziehungsweise, ich wüsste gerade nicht. Dass ihnen die Leute so sehr trauen, dass sie mich nicht anreffen. Ich will nochmal da hinten hingucken. Und dann machen wir uns hier wieder vom Acker. Ne, hier kommt man auch nicht hoch, ne? Uh, doch. Ich komme nicht raus. Schade. Hm, das war also der Notfalltunnel. Und ich nehme mal an, der Schlüssel führt uns dann zu der U-Bahn-Station vom Präsidenten. Ich frage mich bloß, wo wir diesen scheiß Schlüssel herkriegen. Ob die den hier haben, im Hotel? Gut, sie bewahren die das weiße Haus. Das ist mir immer noch ein Rätsel. Hallo. Könnte natürlich in der Kiste sein oder sonst wo. So, da dürfte er in der Sackkasse sein. Was macht der so? So. 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 Okay. Ich gehe jetzt erstmal lieber nochmal an diese U-Bahn-Station. Oh, ein schönes Bild. Sieht allerdings so aus, als ob wir hier gar nicht irgendwo vorankommen. Die Umgebung darf man nicht aus den Augen lassen. Okay, jetzt wissen wir auch, wer hier gewohnt hat. Ich weiß jetzt, ich muss nicht, von wo kommen wir nochmal. Aus der Richtung, okay. Also gehen wir mal da entlang. Aber vorher, ich glaube irgendwie, Ecken hat man noch nicht geguckt. Ist auch nichts besonderes, okay. Okay. Also gehen wir mal da. und wir sind in georgetown und das erkunden wir dann in der nächsten folge bedanke mich bis dann